Stell dir vor, dein Lehrer stellt dem Abitur folgende Aufgabe. Welche Ursachen bewirken das Scheitern der Weimarer Republik? Alles, was du zur Beantwortung dieser Frage brauchst, erfährst du in diesem Video. Grundsätzlich muss man zu Beginn sagen, dass die Ursachen und Gründe des Untergangs der Weimarer Republik sehr vielseitig waren. Dabei hängt die Gewichtung jeweils von dem politischen und historischen Standpunkt des Beurteilenden ab. Die heutige Geschichtsschreibung beschreibt den Untergang als Ergebnis eines sehr komplexen Ursachengeflechts. Ein klarer Hauptgrund des Scheiterns könne laut heutigen Historikern nicht bestimmt werden. Es komme immer auf die unterschiedliche Gewichtung der Komponente an. Historiker Schulze macht deutlich, dass die wichtigsten Gründe für das Scheitern in der Mentalität, der Einstellung und dem Denken der damaligen Menschen liegen. Aber schauen wir uns nun einmal genauer an, welche Ursachen das Scheitern der Republik beeinflusst haben. Als erste Ursache kann man die Folgen des Ersten Weltkriegs sehen. Der Wasayer-Vertrag mit seinen harten Forderungen an die neue Deutsche Republik brachten der neu erschafften Demokratie große Schwierigkeiten ein. Die Sozialdemokraten wurden für die Niederlage im Ersten Weltkrieg und die politische und wirtschaftliche Krise verantwortlich gemacht. Die sogenannte Durchstoßlegende verstärkte diese Perspektive und erklärte die neue Regierung als Sündenbock aller Unzufriedenen. Eine weitere Ursache ist der politische Terror, der vor allem die Jahre 1919 bis 1923 prägte. Mehrere links- und rechtsextreme Putschversuche gegen die Regierung prägten diese Zeit. Die Linksradikalen wünschten sich eine Revolution nach russischem Vorbild. Für Rechtsradikalere galt der Versailler Vertrag als Schanddiktat und sie wollten diesen rückgängig machen. Die wichtigsten Putschversuche waren dabei der Spartakus-Aufstand 1919, der Kapp-Putsch von 1920 und der Hitler-Putsch von 1923. Ebenso führte das nur sehr schwache Vertrauen an die neu erschaffene Demokratie in der Weimarer Republik zu vielen Sorgen. Polizei und Justiz sahen sich weiterhin in Tradition des Kaiserreiches, da ihnen die demokratische Erfahrung fehlte. Die Regierung arbeitete daher in dieser Zeit auch häufig mit antidemokratischen Militärs gegen die linksradikalen Putschisten zusammen. Auch die Weimarer Verfassung wies einige strukturelle Fehler auf, die der Demokratie Steine in den Weg legten. Die parlamentarische Demokratie mit einem Reichspräsidenten, der das sogenannte Notverordnungsgesetz, eine zeitweilige Aussetzung der Grundrechte zur Sicherung der Sicherheit einsetzen konnte, war zum Scheitern verurteilt. So ließ Hindenburg beispielsweise das gesamte Parlament entmachten. Als letzte Ursache kann man die wirtschaftliche Krise zu dieser Zeit anführen. Die extrem hohen Reparationszahlungen, die im Versailler Vertrag festgelegt wurden, führten in Deutschland zu einer sogenannten Hyperinflation. Geld war faktisch wertlos. Charles Davies erließ hierfür den Davies-Plan, der für eine vorübergehende Beruhigung sorgte. Allerdings kamen spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 1929 erneute Probleme wie Massenarbeitslosigkeit zurück, sodass die Bevölkerung die Weimarer Republik endgültig ablehnte und fortan mit radikaleren Parteien wie der NSDAP sympathisierte. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.